Ich halte jetzt einen wenig inhaltlichen, sondern einfach nur quatschigen Vortrag mit dem dreigeteilten Titel Aufsteigender Pfad der Revolte, Geschichtsbewusstsein und Klasseverrat zur Rezeption Walter Benjamins. Thematisch geht es mir aber hauptsächlich um Letzteres. Sprich, ich werde die, wie ich finde, interessanten Teile der Editions- und damit einhergehenden Rezeptionsgeschichte zum Werk und zur Person Walter Benjamins vorstellen. Der Obertitel, den ich gewählt habe, stammt aus einer Passage aus der 1928 veröffentlichten Einbahnstraße. Das Werk ist insofern von Interesse, also unter anderem insofern von Interesse, als es von der aphoristischen Struktur her starke Ähnlichkeiten mit Adornos minima moralia aufweist. Dazu, wie inwiefern Benjamin als Mentor von Adornos zu sehen ist oder wäre, vielleicht, vielleicht auch nicht, später noch mehr. Die titelgebende Passage vom Aufsteigenden Pfad der Revolte erscheint für den Blick auf die Rezeption Benjamins deshalb so wichtig, weil sie die Wende Benjamins von einer jüdisch-diologisch grundierten messianischen Denkweise zum Marxismus und Materialismus markiert, beziehungsweise weniger die Passage als vielmehr der Zeitpunkt, an dem diese Passage gedruckt wird. Die Einteilung dabei ist nicht ganz so einfach, also ist das auch in der Rezeption einigermaßen strittig und der Marxismus ist auch, sofern er sich als solche identifizieren, noch später immer noch messianisch oder mythisch oder theologisch geprägt. Ich stelle die Passage kurz vor, wie sie sich in der unveröffentlichten ersten Fassung von 1923 liest. Da steht, Aber nie darf er seinen Frieden schließen mit Armut, wenn sie wie ein riesiger Schatten rätselhaft über sein Volk und sein Haus fällt. Dann soll er seine Sinne wachhalten für jede Demütigung, die ihnen zuteil wird und so lange sich in Zucht nehmen, bis sein Leiden nicht mehr die abschüssige Straße des Hasses, sondern den aufsteigenden Pfad des Gebetes gebahnt hat. Und eben in Abweichung davon heißt es dann in der gedruckten Fassung von 1925, Aber nie darf er seinen Frieden mit Armut schließen, wenn sie wie ein riesiger Schatten über sein Volk und sein Haus fällt. Dann soll er seine Sinne wachhalten für jede Demütigung, die ihnen zuteil wird und so lange sie in Zucht nehmen, bis sein Leiden nicht mehr die abschüssige Straße des Krams, sondern den aufsteigenden Pfad der Revolte gebahnt hat. Aber hier ist nichts zu hoffen, solange jedes furchtbarste, jedes dunkelste Schicksal täglich, ja stündlich diskutiert, durch die Presse in allen Scheinursachen und Scheinfolgen dargelegt, niemanden zur Erkenntnis der dunklen Gewalten verhilft, denen sein Leben hörig geworden ist. Natürlich könnte man jetzt auch über die Inhaltlichkeit sprechen, zum Beispiel über die Frage, ob der Begriff des Volkes hier irgendwie ideologisch aufgeladen ist. Ich meine, dass es einfach eher um die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wie Klasse gehört. Aber ich will gar nicht Benjamin Stellen im Detail interpretieren, sondern eben die Strömung der Interpretation und den Streit um die Deutungsmacht aufzeigen. Es besteht einigermaßen Einigkeit, dass eben ungefähr 1925 sich die Wendung Benjamins zum Marxismus vollzieht. Wesentlich eben an der Passage ist die gekennzeichnete Stelle vom Pfad des Gebets zum Pfad der Revolte. Beides richtet sich auf so etwas wie eine Erlösung hin, wobei natürlich klar ist, dass die Version der Revolte eine etwas irdischere Erlösung anbietet und eine aktivere, während das Gebet ja, sofern es noch eine irdische Erlösung oder Verbesserung der Zustände, um es schwächer zu sagen, meint, den Aktivismus in die Hände Gottes legt. Und die Verhältnisse, um die es dabei geht, also daher auch der Kontext in dem Zitat, ist, wir rühren ja eher an Fragen der materiellen Armut, also an Lebenswirklichkeiten und existenziellen Problemen. Diese Wendung Benjamins zum Marxismus gründet sich nicht auf eine Primärlektüre von Marx, die findet erst in den 1930ern bei seiner Reserve zur Passagenwerkstatt, sondern vielmehr auf die Lektüre von Lukacs' Geschichte und Klassenbewusstsein, das, glaube ich, 1919 erschienen ist oder 1921. Und diese Lektüre fällt eben unmittelbar in den Zeitraum, als er an der Einbahnstraße arbeitet. Und ich habe eben in dem Untertitel, in Anspielung auf dieses Werk Geschichte und Klassenbewusstsein, die Umformung vom Geschichtsbewusstsein und Klassenverrat vorgenommen, um eben auf zwei mindestens für das Spätwerk von Benjamin wichtige Aspekte hinzuweisen. Einmal die Beschäftigung eben mit einer materialistischen Literaturwissenschaft und Literaturtheorie, wenn es um Fragen des Standards des Erzählers und in der Zeit sowohl des Kapitalismus, wie auch des Faschismus geht, als auch für sein Spätwerk mitunter am zentralsten, eben im Hinblick auf die Thesen über den Begriff der Geschichte, seine Geschichtsphilosophie und die Beschäftigung mit dem dialektischen Materialismus oder historischen Materialismus. So, nachdem der Titel also aufgedröselt ist, kann ich jetzt kurz ausführen, wie der Vortrag abläuft. Ich werde im Folgenden einige interessante Streitigkeiten und Polemiken um die Deutungen zu Benjamins Werk aufzeigen. Das wird hoffentlich so lustig, wie die Streitigkeiten zwischen Franz Josef Wagner und Bushido, aber vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, und gliedert sich dann in diese Punkte. Als erstes eine Charakteristik Walter Benjamins, dann die Streitigkeiten Adorno vs. Arendt bzw. Arendt vs. Scholem, das im Zuge der ersten Rezeption Benjamins nach seinem Tod und eben nach 1945 in Deutschland und den USA. Dann stellvertretend für die 68er die Kontroverse zwischen der Alternative und den Frankfurtern, wie es in der Rede eben in der Alternative heißt. Und dann die sogenannte Adorno-Benjamin-Kontroverse. Das fällt aber relativ kurz aus, weil ich dann irgendwann nämlich fertig werden muss, um noch über der Benjamin-Industrie 1 und 2 zu reden. Und nicht über das andere, was da nicht mehr steht. Die Methode dieses Vortrags ist ganz vermessen in der Tradition Benjamins angelegt. Methode dieser Arbeit, literarische Montage. Ich habe nichts zu sagen, nur zu zeigen. Ich werde nichts Wertvolles anwenden und mir keine geistvollen Formulierungen aneignen. Aber die Lumpen, den Abfall, die will ich nicht inventarisieren, sondern sie auf die einzig mögliche Weise zu ihrem Rechte kommen lassen, sie verwenden. Dieses nur aufs, oder vermeintlich nur aufs Zitieren angelegte Verfahren Benjamins hat Adorno einigermaßen scharf kritisiert in seiner ersten Charakteristik Walter Benjamins 1950. Zur Krönung seines Antisubjektivismus sollte sein Hauptwerk nur aus Zitaten bestehen. Gemeinses Name ist das Passagenwerk. Nur spärlich finden sich Interpretationen notiert und kein Kanon besagt, wie das verwegene Unterfangen einer vor Argument gereinigten Philosophie etwa sich realisieren ließe, auch nur wie die Zitate einigermaßen sinnvoll aneinander zu reihen wären. Die fragmentarische Philosophie blieb Fragmentopfer vielleicht einer Methode, von der nicht entschieden ist, ob sie im Medium des Gedankens überhaupt sich einlösen lässt. Wenige Seiten zuvor verteidigt Adorno in diesem Aufsatz schon noch Benjamins Philosophie gegen Heidegger. Wenn er schreibt, Die Herausforderung, einen Aufsatz über Pariser Passagen enthalte mehr an Philosophie als Betrachtungen über das Sein des Seienden, schlägt genauer in den Sinn von Benjamins Werk als die Suche nach jenem sich selbst gleichbleibenden Begriffsskelett, das er in die Rumpelkammer verbannte. Diese spitze Adornos gegen Heidegger, die ist auch allen Zeitgenossen als solche aufgefallen, und um die Kritik an Heidegger dreht sich ja auch ein wesentlicher Teil der Nachwuchsphilosophie Adornos, korrespondiert auch mit der Abneigung Benjamins gegenüber Heidegger nach der Lektüre von Sein und Zeich, erfasst 1930 den Plan, in einer kritischen Lesegemeinschaft unter Führung von Brecht, den Heidegger zu zertrümmern. Das stammt aus einem Brief an Scholem. Dieses Unterfangen ist nie explizit ausgeführt worden, aber in den erkenntnistheoretischen Aufzeitungen zum Passagenwerk und in den Thesen über den Begriff der Geschichte finden sich wesentliche Gedanken, die sich implizit an Heidegger orientieren, die aber als Begriffe wie die Niederstitution übernehmen, die aber diese Gedanken gänzlich anders wenden. Das wird dann insofern noch mal lustiger, als dass Arendt in ihrem Benjamin Essel 1968 starke Parallelen im Denken von Heidegger und Benjamin erkennen will. So, jetzt zu der Charakteristik von Benjamins Werk und eben auch seiner Person, die ja dann wesentlich wird für die Rezeption. Vermutlich noch wichtiger als die Lektüre von Lukacs ist für Benjamins Wendung zum Markismus die Beziehung zu bzw. die unerfüllte Liebe gegenüber Asialatis, die Benjamin in Moskau kennenlernte. Und sein Moskauer Tagebuch gibt davon sehr aufschlussreich und auch unterhaltsames Zeugnis ab. Ihr hat Benjamin eben auch bei Erscheinen die Einbahnstraße gewidmet. Und es ist ganz witzig, sie schreibt über Benjamins abgelehnte Habilitationsschrift über den Ursprung des deutschen Trauerspiegels in ihren Erinnerungen. Jetzt las ich wieder einmal das Buch und begreife, wie naiv er war. Obwohl die Schrift richtig akademisch aussieht, mit gelehrten Zitaten gespickt ist und sich auf ein ungeheures Material bezieht, so ist dennoch ganz klar, dass dieses Buch kein Gelehrter geschrieben hat, sondern ein Poet, der in die Sprache verliebt ist und Hyperben anwendet, um einen glänzenden Aphorismus zu bilden. Zur Charakteristik Benjamins verfahre ich jetzt der Einfachheit halber in seinen eigenen Worten. Ich bin am 15. Juli 1892 als Sohn des Kaufmanns Emil Benjamin in Berlin geboren. Im Jahre 1919 bestand ich an der Universität Bern mit dem Prädikat Summa Cum Laude, meine Doktorprüfung. Meine Dissertation ist als Buch unter dem Titel Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik in Bern 1920 erschienen. Als erste der einschlägigen Arbeiten erschien mein Essay Goethes Wahlverwandtschaften, München 1924-25. Diese Arbeit trug mir die Freundschaft von Hugo von Hofmannsthal ein, der sie in seinen neun deutschen Beiträgen publizierte. Hofmannsthal hat seinen liebhaftesten Anteil auch meinem nächsten Werk geschenkt, dem Ursprung des deutschen Trauerspiels, Berlin 1928. Die Epoche zwischen zwei Kriegen zerfällt für mich naturgemäß in die beiden Perioden vor und nach 1933. Während der ersten Periode lernte ich auf längeren Reisen Italien, die skandinavischen Länder Russland und Spanien kennen. Der Arbeitsertrag dieser Periode liegt, abgesehen von den erwähnten Schriften, in einer Reihe von Charakteristiken der Werke bedeutender Dichter und Schriftsteller unserer Zeit vor. Hierher gehören umfangreiche Studien über Karl Kraus, Franz Kafka, Bertolt Brecht, sowie über Marcel Pust und Julian Krien und die Surrealisten. Der gleichen Periode gehört ein aphoristischer Sammelband Einbahnstraße, eben Berlin 1928, an. Ich verließ Deutschland im März 1933. Seither sind meine größeren Studien sämtlich in der Zeitschrift des Institute for Social Research erschienen. In den gleichen Zusammenhang gehört eine Sammlung deutscher Briefe aus dem 19. Jahrhundert, die ich 1937 in Luzern publiziert habe. Ein Niederschlag von Studien zur französischen Literatur gibt meine Arbeit zum gegenwärtigen gesellschaftlichen Standort des französischen Schriftstellers. Die Arbeiten über Edut Fuchs, den Sammler und den Historiker, sowie über das Kunstwerk in Zeit aller seiner technischen Reproduzierbarkeit stellen Beiträge zur Soziologie der bildenden Kunst dar. Die letztgenannte Arbeit sucht bestimmte Kunstformen, insbesondere den Film aus dem Funktionswechsel zu verstehen, dem die Kunst insgesamt im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung unterworfen ist. Meine letzte Arbeit über einige Motive bei Baudelaire ist ein Bruchstück aus einer Folge von Untersuchungen, die sich die Aufgabe stellen, die Dichtung des 19. Jahrhunderts zum Medien seiner kritischen Erkenntnis zu machen. Was Benjamin hier unterschlägt, auch aus Gründen des Datums der Verfassung, ist einmal, dass die von Hofmannsthal publizierte Habilitation in Frankfurt zwar nicht abgelehnt wurde, ihm aber geraten wurde, die Arbeit zurückzuziehen. Was kaum bekannt ist, dass Adornos erste Habilitationsschrift auch 1928 bei dem gleichen Professor, an dem Benjamin scheiterte, zurückgezogen werden musste. Und Funfact hat Horkheimer, war eben dessen Cornelius Assistent, konnte für Adorno offensichtlich nichts tun, und zumindest einem Gesprächsprotokoll aus der Habilitationsakte zufolge wollte er für Benjamin auch nichts tun, weil er der Arbeit auch negativ gegenüberstand. In dem Gutachten zu der Arbeit heißt es von Cornelius eben nun 1925, Es werden eine Menge Worte verwendet, deren Sinn zu erläutern, der Verfasser nicht für erforderlich hält, die aber entweder keine allgemein feststehende Bedeutung haben oder in dem Zusammenhang, in welchen sie gebracht werden, keinen klaren Sinn ergeben. Ich bin aus dem Grund teils überhaupt nicht imstande, den Sinn der Arbeit wiederzugeben. Es ist mir aber trotz wiederholter angestrengter Bemühungen nicht möglich gewesen, einen verständlichen Sinn aus derselben Arbeit herauszulesen. Ein anderer wesentlicher Text aus dem Frühwerk, den Benjamin nicht nennt, weil er zur Lebzeit nicht publiziert wurde, ist Zur Kritik der Gewalt von 1919. Das ist ein Text, der noch von gewissen Anarchismus geprägt ist. Bei Anarchismus falsch ist eher eine gewissen anarchistischen Haltung. Das ist auch ein Text, den ich nicht gänzlich verstehe oder mir anmaße, den zu verstehen. Der aber in der gegenwärtigen politischen Philosophie immer noch von Belang ist oder sein sollte. Weil dabei eben nicht nur Benjamins Verständnis von Recht geht, um die Differenz zwischen einer mythischen, rechtssetzenden und einer göttlichen, rechtsvernichtenden Gewalt, sondern auch um eine emphatische Verteidigung des Generalstreiks als die ultimative, das steht da nicht wörtlich, Waffe des Politariats. Der Derrida-Assay, den es dazu gibt, verstehe ich auch gar nicht. Das scheint, da muss ich mich in widerwilliger Übereinkunft mit John Street verordnen. Das ist vielleicht Derridas absichtsvoll, unverständliche, obskure Schreibweise zuzurechnen. Anyway, Kritik der Gewalt ist immer noch ein wichtiger Text, zumal eben mit einem Kommentar von Marcuse versehen zum Zeitpunkt der Studentinnenbewegung veröffentlicht und es gibt auch von Gerhard Scheidt einen einigermaßen gescheiten Text dazu. Ja, was hier auch nicht steht oder nur angedeutet ist in den literarischen Arbeiten, die Benjamin nennt, nach der gescheiterten akademischen Karriere, eben durch die zurückgezogene Habilitation und nach dem Tod des Vaters verdient Benjamin sehr prekär seinen Lebensunterhalt als Kritiker und Rezensent, hauptsächlich für die Frankfurter Zeitung, für die Siegfried Krakauer Redakteur war und eben Aufträge verschafft sind. Ab 1933 ist diese Chance als Rezensent in Deutschland zu überleben für ihn als Jude und Marxist, wenn auch eben nicht als Parteimitglied, wie sein Bruder erloschen, er geht ins Exil. Benjamin erkennt sofort die Notwendigkeit, ins Exil zu gehen und die drastisch, anders als zum Beispiel Adorno, sehr die Entscheidung von Oxford aus, was er immer noch als Zwischensituation und von wo er aus immer noch nach Frankfurt reiste, der ja erst 1938 endgültig von Oxford nach New York emigriert und Adorno äußert sich ja auch zum Beispiel 1934 in einem Brief an Löwenthal, wie auch viele andere zu der Zeit, dass er denke und hoffe, der Spuk sei bald vorüber und die Arbeiterklasse würde die Sache vielleicht noch zum Guten wenden. Ein Denken, von dem sich Adorno in den folgenden Jahren natürlich völlig verabschiedet hat. Benjamin verdient im Exil seinen Lebensunterhalt durch ein Stipendium des Instituts für Sozialforschung und publiziert auch in deren Zeitschrift, die Horkheimer eben von New York aus herausgibt. Dort erscheinen wichtige Aufsätze, das sind all die Arbeiten, die in dieser Charakteristik genannt werden. Vordringlich eben der Kunstwerkaufsatz oder die von Horkheimer in Auftrag gegebene Arbeit über Eduard Fuchs. Gerade der Kunstwerkaufsatz ist interessant oder ähnlich auch der Aufsatz über Baudelaire im Hinblick auf die ganzen inhaltlichen und methodischen Differenzen mit Adorno. Das ist auch alles in einem Briefwechsel sehr gut belegt. Adorno unterstellt Benjamin dabei hauptsächlich Vulgärmarxismus bzw. ein unvollständiges dialektisches Modell oder Denken und gibt die Schuld dafür auch Brecht hauptsächlich, bei dem Benjamin sich eben in den 1930ern in Dänemark aufhielt. Und an anderer Stelle unterstellt man wiederum Benjamin über den Kunstwerkaufsatz, er habe darin Brecht an Radikalität überflügeln wollen und sei deshalb sozusagen das Ziel hinausgeschossen. Drei letzte Punkte zur Biografie, die auch nicht genannt sind in der Charakteristik oder nur angedeutet. Die Arbeit oder das Kompendium Deutsche Menschen ist in diesem Lebenslauf nur in Klammern angeführt. Das ist eine Sammlung von Briefen, unter anderem von Lichtenberg oder Bretano Büchner, die Benjamin mit Kommentaren versehen hat. Und diese Arbeit sollte 1937 in der Schweiz erscheinen. Hier ist als Erscheinen markiert und so auf den deutschen Buchmarkt gelangen. Benjamin hat dafür das Pseudonym Detlef Holz gewählt und dem Werk folgendes Motto vorangestellt. Von Ehre ohne Ruhm, von Größe ohne Glanz, von Würde ohne Sollt. Die Antlänge sind relativ klar. Das Buch soll in einem starken Kontrast und in Widerspruch zu NS-Ideologie stehen, aber über den Titel auch in Deutschland publiziert werden können. Und so eine antifaschistische, womöglich auch didaktische Funktion erfüllen. Dazu kam es eben aber nicht, weil der Verleger pleite ging und das Buch in den Verlagsräumen versauerte. Als der Surkampferleit das Buch in den 60ern neu auflegte, tauchte just in dem Jahr auch die Originalauflage wieder auf. Oder wurde wieder gefunden. Was er in diesem Lebenslauf eben auch nicht erwähnt, ist sein letztes überliefertes Werk, die Thesen über den Begriff der Geschichte, die gemeinhin als Vermächtnis Benjamins gelten dürfen. Und einhergehend damit das unvollständige, Ende der 1920er begonnene Hauptwerk, Passagenarbeit, in dessen Umkreis aber die Thesen zu verorten sind. Und zuletzt fehlt freilich noch, dass Benjamin sich am 26. September 1940 auf der Flucht vor den Nazis an der französisch-katalanischen Grenze in Portebourg umgebracht hat. Grund für diesen Selbstmord ist seine ihm aussichtslose erscheinende Lage, weil die spanischen Grenzbeamten an diesem Tag niemanden passieren ließen und Benjamin eben von Spanien aus über Lissabon nach New York emigrieren wollte. Am Tag zuvor wäre diese Grenzpassage problemlos möglich gewesen, an den folgenden Tagen angeblich auch. Und die Gruppe, der Benjamin angehörte, konnte nach seinem Tod eben auch passieren. Ich bin in einem Radiovortrag, achso, man ging lange Zeit davon aus, dass er sich an einer Überdosis Morphium oder mit einer Überdosis Morphium umbrachte. Ich bin im Radiovortrag von Ruger Behrens kürzlich darauf gestoßen, dass neun Erkenntnissen zufolge Benjamin von Nazis oder Chalienistinnen ermordet worden sei, aber dazu habe ich nicht viel gefunden. Das kann auch einfach Spekulation sein und hier auch nicht weiter relevant. Diese Themen über den Begriff der Geschichte, von dem gerade die Rede war, gelangten 1940 mit Hannah Arendt, auf die eben auch nach New York flog, in die USA. Und da geht jetzt dann der Battle um Benjamins Erbe, also sein geistiges Erbe, los. Die Konstellation, um die sich eben auch der Streit um die Deutungsfreiheit über Benjamins Berg dreht, beschreibt Jürgen Habermas sehr plastisch in dem Aufsatz bewusstmachende oder rettende Kritik zur Aktualität Walter Benjamins so. Die Fronten, die sich seit dem Erscheinen der Schriften Benjamins während der kurzen, fast eruptiven Wirkungsgeschichte in der Bundesrepublik abzeichnen, sind in der Biografie Benjamins vorgezeichnet. Nur als surrealistische Szene vollziehbar wäre etwa die Vorstellung, Scholem, Adorno und Precht zum friedlichen Symposium am runden Tisch und in dem Breton und Arangon hocken, während Wyniken an der Tür steht, versammelt zu sehen, sagen wir zu einem Disput über den Geist der Utopie. Diese Szene, die Habermas hier beschreibt, trifft Benjamins Biografie, wie eben auch die direkten Einflüsse auf sein Werk und erst recht eben die posthume Interpretation ziemlich exakt, außer dass Hannah Arendt in diesem Bild fehlt. Wyniken war für die 1910er Jahre, für Benjamins Zeit in der Jugendbewegung, maßgeblich als eine Art Lehrer oder Mentor. Aber Benjamin hat sich während des Krieges noch von ihm abgewandt, aufgrund eben auch Wynikens Haltung oder Positiver Haltung zum Ersten Weltkrieg. Dann die unter dem Tisch versammelten Surrealisten geben einmal Auskunft über die persönliche Bekanntschaft von Benjamin mit ihnen in den 1930ern in Paris, aber auch auf die zeitgenössisch doch maßgebliche Arbeit über den literarischen Journalismus, weil es in der Gestalt auch kaum eine zeitgenössische Rezeption davon gibt. Oder jedenfalls in dieser Ausnahme. Und zuletzt Blochs Geist der Utopie darf für alle der Versammelten als wesentlicher Einfluss gelten. Man unterstellt eben, dass Benjamin seine Freunde, das wären eben dann Scholem, Adorno, Precht und Arendt, vor allem in den 1930ern, womöglich auch vorher schon bewusst voneinander getrennt hielt, einfach weil diese sich nicht besonders gut bleiben konnten. Das wird schon mehr einfach angedeutet. Es gibt Adorno, Precht die Schuld für die verkürzte Dialektik in manchen von Benjamins späten Werken oder von Adorno als solche Interpretierte. Scholem hat bis zu seiner persönlichen Begegnung mit Adorno ihn für einen verbohrten, gänzlich antireligiösen Marxisten gehalten und weil er überrascht, dass dem nicht so war und dass Adorno durchaus Sensibilität für eben die Fragen, die Scholem umtrieben auftrachte. Beide wiederum kritisieren aus unterschiedlichen Perspektiven heraus eben Benjamins dialektischen Materialismus, den Benjamin sich ab den späten 1920ern als eine Methode verschreibt, von der sie aber unterstellten, dass es eine etwas eklektizistisch eigens entwickelte Methode sei und sind sich eben beide einig, im Hinblick auf den schlechten Ansatz des Prechts, später auch in ihrer Ablehnung gegenüber Arendt, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Bei Scholem ist das Zerwürfnis mit Arendt auf das Eichmann-Buch von Arendt gegründet und den öffentlichen Briefwechsel dazu. Arendt wiederum spricht in ihrem Essay von 1968 über Benjamin davon, dass in den 30ern mit Brecht und Benjamin der größte lebende deutsche Dichter und der bedeutendste Kritiker der Zeit zusammentrafen und dass beide das gewusst hätten. Das ist eine ziemlich krasse Aussage, finde ich, vor allem zu Lebzeiten von Thomas Mann, aber für sie der größte lebende deutsche Dichter und der bedeutendste Kritiker der Zeit. Die in der Tischszene fehlende Arendt bezeichnet Habermas in dem gleichen Text übrigens noch als Vertret oder Verwalterin für das Jungkonservative in Benjamins Werk und das passt auch zu der Äußerung Adornos, der ihr an anderer Stelle vorwirft, sie sei von rechts, also als Studerin Heideggers, in die deutsche Philosophie eingetreten. In diesem Essay, also dem Arendt-Essay, notiert sie auch über Benjamins Marxismus relativ ablehnend, Benjamin dürfte der seltsamste Marxist gewesen sein, den diese an Seltsamkeiten, nicht arme Bewegung hervorgebracht hat. So viel zu dieser surrealistischen Szene, die eben schon andeutet, wie wenig friedlich das um Benjamins Werk und Wirken gestellt ist. Arendt hatte eben ein handschriftliches Manuskript der Thesen über den Begriff der Geschichte erhalten und das nach New York überbracht, dort dem Institut für Sozialforschung geliehen, wo Gretel Adornos abgeschrieben hat und Arendt hat eben darauf gehofft, dass das sofort publiziert werden würde. Als diese Thesen 1941 noch nicht veröffentlicht sind, schreibt sie in einem Brief an Heinrich Blücher Heute bekam ich den beiliegenden Unglücksbrief. Ich bin gar verstört über die Chuzpe und die naive Unverschämtheit, mit mir das auch noch zu schreiben. Aber das ist ja das Mindeste daran. Ich nehme an, dass die Schweinebande der gleichen Meinung ist, zu diesem Manuskript einfach unterschlagen werden. Es ist noch ein Glück im Unglück, dass ich es habe. Ich war schließlich verpflichtet, es ihnen zu geben, wissend, dass Benji, oder Benji, keine Ahnung, ihnen ein Exemplar geschickt hatte, das nur nicht angekommen ist. Hier also das berühmte Zitat von der Schweinebande und womit unzweifelhaft Adorno und Horkheimer gemeint sind, aus anderen Kontexten, wo Arendt über die spricht, ist das ersichtlich. Und wo sie ihnen eben unterstellt, dass sie sich nicht um Benjamins Werk bemühen würde. Um da noch gleich ein Zitat aus einem anderen Kontext hinterherzuschieben, als es in den 40ern, also in den späten 40ern, darum geht, Benjamins Schriften auf Englisch zu publizieren, schreibt Arendt in einem Brief an Scholem, sie können mir schwerlich vor Adorno mieser machen, als mir ohnehin schon ist. Arendt lag aber mit ihrer Unterstellung, dass die beiden das Manuskript unterschlagen würden, zum Glück nicht richtig. Und dass Adorno die Bedeutung dieser Geschichtsläsen erkannte, belegt, bereits vor der Veröffentlichung, ein Brief von ihm an Horkheimer, vom 12. Juni 1941. Hannah Arendt, die frühere Frau von Günther Stern, hat uns eine, zu dem Zeitpunkt auch längst nicht mehr Günther Stern, sondern Günther Anders, hat uns eine Compie der geschichtsphilosophischen Thesen von Benjamin gegeben. Gretel hat sie abgeschrieben und hier erhalten sie sie. An eine Veröffentlichung hatte Benjamin nicht gedacht. In einem Brief an Gretel vom Frühjahr 1940 spricht er sich ausdrücklich dagegen aus. Das unfertige, entwurfhafte, des Ganzen liegt auf der Hand. Eine gewisse Naivität in den Partien, in denen, muss es glaube ich heißen, von Marxismus und Politik die Rede ist, lässt sich auch diesmal nicht verkennen. Trotzdem meine ich, wir sollten das Manuskript publizieren. Sein Tod macht die Bedenken wegen der Vorläufigkeit hinfällig. An dem großen Zug des Ganzen kann kein Zweifel sein. Dazu kommt, dass keine von Benjamins Arbeiten ihn näher an unseren eigenen Intentionen zeigt. Das bezieht sich vor allem auf die Vorstellung von Geschichte als permanenter Katastrophe, die Kritik an Fortschritt und Naturbeherrschung und die Stellung der Kultur. Der Vorschlag zur Publikation stammte übrigens von Leo Löwenthal, der die Thesen über den Begriff der Geschichte als eine Konstellation von politischem Radikalismus, Messianismus und Judentum bezeichnet. Und Enzo Traviaso schreibt zur Interpretation der Thesen, Im Unterschied zu Brecht, der seine Bewunderung für das wunderbar evolutionäre Manifest der geschichtsphilosophischen Thesen betont und dabei ihr mystisches Gewand bedauert hatte und Scholem, der die Gedanken seines Freundes für grundlegend metaphysisch hielt und ihm seine materialistische Verkleidung vorwarf, hatte Adorno bereits vor der Kenntnis dieses Textes verstanden, dass Benjamin sowohl Marxist als auch Theologe war. Benjamin hätte niemals versucht, den Materialismus zu theologisieren oder den jüdischen Messianismus im historischen Materialismus zu säkularisieren. Er interpretiere sie als zwei sich vervollständigende Elemente. Es ist mit Blick auf die gegenwärtige Benjamin-Forschung relativ nervig, dass das vervollständigende Element da getilgt wird zugunsten einer reinen Herausarbeitung der Theologie, nachdem eben im Zuge der 68er sich bemüht wurde, rein die marxistische Elemente herauszuarbeiten. Wie eben in diesem Brief mit der Rede von der Nähe an den eigenen Intentionen sich zeigt, ist in den Thesen enthalte Kritik am Vorzugsgedanken auch wesentlich für das spätere Werk von Horkum und Adorno, vor allem eben für die Dialektik der Aufklärung. Die Thesen über den Begriff der Geschichte erschienen 1942 zum ersten Mal in Los Angeles in einer Auflage von 200 Stück, die vor allem an Freunde und Bekannte Benjamins verschickt wurde. Um zwischen all dem Gossip mal was Inhaltliches zu präsentieren, möchte ich auf die bekannteste, vermeintlich bedeutendste der Thesen eigentlich die neunte im Arendt-Manuskript die siebte kurz eingehen. Hier ist das Faximile der Arendt-Ausgabe in Benjamins winziger Handschrift. Dort steht, es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antwitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufe vor ihm zu Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Ich muss ein Nachlass mit scharfem S heißen, weil die mit scharfem S erscheinen. Ich will auch hier nicht weiter inhaltlich werden, weil ich unterstelle, dass sich eben der zugleich marxistische und messianische Gehalt allen von selbst erschließt. Also eben der Bruch mit der Geschichtstheilogie, die im doktrinären Marxismus angelegt ist, dass es ein Telos oder ein Thiel in der Geschichte gäbe und dem Benjamin eben diese Reihe von Katastrophen in der Vergangenheit gegenüberstellt, wo es aber mit Blick auf die Zukunft, in dem Fall den Wind vom Paradies, also die erlösende Zukunft auch nicht besser aussieht, vor allem zum Zeitpunkt der Verfassung der Thesen 1940, kurz vor Beginn der Vernichtungsaktion der Nazis und zum Zeitpunkt des noch wirksamen Hitler-Stalin-Paktes. In den gesamten Thesen entwickelt Benjamin eben eine als erstes dezidierte Kritik am Historismus, gegen die er eben sein Modell von historischem Materialismus ausspielt. Dieser historische Materialismus könne aber, so heißt es in der ersten These, nur wirksam werden, wenn er sich die gerne vernachlässigte Theologie in den dazu hole. Dann kritisiert er die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie und entwirft den Gedanken, man müsse die Geschichte als eine Geschichte der Unterdrückten lesen, um zu erkennen, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Oder wie es dann im Ganzen heißt, die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff von Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustandes vor Augen stehen. Und dadurch wird unsere Position im Kampf gegen den Faschismus sich verbessern. Gut. Weiter in der Rezeptions- und Editionsgeschichte. 1955 bringt Dorno in Deutschland eine erste zweibändige Auswahl von Benjamin's Schriften bei Surkamp heraus. Diese Ausgabe ist, wie auch alle Einzelausgaben, die bis zum Beginn der gesammelten Schriften 1972 folgen unglaublich verdienstvoll, wenn es eben um das Werk Benjamins geht, aber es wird eben auch zum Teil einer berechtigten Kritik unterzogen, vor allem eben von der Studentinnenbewegung, die Benjamin ab Mitte der 60er für sich entdeckt. Und diese Kritik richtet sich vor allem im Blick auf den Textausfall und Gestaltung oder vermeintliche Textgestaltung. Man muss dazu jedoch als erstes sagen, dass diese Schriften sich nicht gut verkauften und Adorno sich sehr schwer tat, den Surkamp Verlag zur weiteren Einzelveröffentlichung der Schriften Benjamins zu überreden. Dann Adorno ist eben als Nachlassverwalter Benjamins mit dem Archiv im Archiv in Frankfurt angelegt, wo eben alles, was von Freunden oder vom Autor selbst gerettet werden konnte, zu finden ist. Andere Schriften und nicht unwesentliche Schriften finden sich aber zu dem Zeitpunkt noch im Zentralarchiv in Potsdam, also in der DDR, da sie eben diese Schriften in Paris verblieben, als Benjamin floh und die Nazis diese Unterlagen nach Beginn übersandten. Dann ist noch wesentlich die 1966 von Trulim und Adorno elitierte zweibändige Briefausgabe, also mit Briefen Benjamins, ausschließlich mit Briefen Benjamins, sie enthält keine Antwortbriefe, Arendt und andere messen dieser Briefausgabe den Status einer Biografie zu. Und auch gegen diese Briefausgabe richtet sich enorme Kritik, weil es eben sehr viele Auslassungen gibt. Die Herausgeberinnen argumentieren, die Auslassungen betreffen hauptsächlich Persönliches, die Freunde oder dergleichen betreffend mittlerweile stellt sich eben heraus, dass auch wesentlich längere Passagen gekürzt wurden, wo es um Benjamins Einschätzungen über das Institut für Sozialforschung oder dergleichen ging. Trotzdem gründet sich eben, oder trotzdem aufgrund der Situation, dass die Schriften in Frankfurter Archiv nicht zugänglich sind und den meisten auch in Potsdam nicht zugänglich sind, gründet sich die Kritik an der Edition der Schriften durch Adorno auf Spekulation. Und darüber entspannt sich eben eine Polemik zwischen der Studentenbewegung und anderen Akteuren wie Helmut Heißenbüttel und Arendt im Merkur oder eben der Zeitschrift Alternative die 1967 eine Doppelnummer zu Benjamin herausbringt und diese Polemik richtet sich eben explizit gegen Adorno Scholem und auch Tiedemann der als Schüler Adornos und erster Doktorand über Benjamin an der Herausgeber der Texte beteiligt war. In diesem Streit lautet der Hauptvorwurf die Frankfurter würden Benjamins Texte nur die Auswahl die ihnen Genehmnis publizieren und auch Benjamins Marxismus zu verschleiern oder zu nivellieren suchen. Aber einer der markantesten Eingriffe in oder ein sehr markanter vielleicht ist das richtiger der erst 1980 auffällig wird ist dass Adorno zum Beispiel in dem ersten Nachdruck von Benjamins Kabilitationsschrift alle Verweise auf Karl Schmitt getilgt hat das handelt sich einmal um einen Brief von Benjamin an Schmitt der die Brief nicht aufgenommen würde und des weiteren eben um die Fußnoten im Trauerspielbuch wo Benjamin immer wenn von Ausnahmesuch schon oder Souverän die Rede ist auf Schmitt verweist letztendlich sind es aber auch nur zwei Seiten wo diese Fußnoten fehlen und der Brief da gibt es kein Antwortbrief um Schmitt aber den Brief hatte Benjamin 1930 zusammen mit seiner Fassung des Trauerspiel Buchs an Schmitt übersand wo er sich eben explizit bei Schmitt bedankt wie wichtig dessen Werk für ihn gewesen sei und einmal ist es natürlich irritierend wieso Benjamin so eine große gedankliche Nähe zu Schmitt sieht weil ja spätestens ab 1933 unverhohlen sich der narzisstischen Ideologie anbieten das ist einmal eben aus Benjamins Eklektizismus heraus gerechtfertigt und andererseits aus einer gemeinsamen oder einer bestimmten Kritik am Liberalismus die eben beide teilen und die sich auch mit der Kritik Marcuse am Liberalismus weckt warum Adorno diese Hinweise jetzt streicht ist eigentlich auch offensichtlich wenn man also nach 1945 wenn es in die Rolle von Schmitt geht es geht ihm darum dass kein schlechtes Licht auf den Freund Benjamin fällt darunter leidet dann eben eine philosophische genauigkeit ein ein anderer Vorwurf eben dann von linker Seite ist dass aber Precht in der Briefauswahl sehr größtenteils außen vorgelassen werde und dass sich auch zu den Arbeiten also dass sich auch von den Arbeiten Benjamins über Precht dass denen keinen Raum gegeben würde die Zeitschrift Alternative enthält einen Einblick in das Archiv in Potsdam der wiederum Kiedemann verwehrt worden war und weist dann an zwei Textrekonstruktionen abweichende Stellen gegenüber den von Adorno besorgten Ausgaben nach besonders überzeugend ist dass einer dieser Stellenvergleiche sich auf einen Brief und den Vergleich mit den im Potsdam vorhandenen der Rohfassung des Briefes aber eben nicht im abgeschickten Brief bezieht oder eben besonders nicht überzeugend aufsussreicher oder wesentlich interessanter sind die in anderer Stelle in dieser Ausgabe geführten Polemiken die dann wiederum Kiedemann zu einer Antwort Polemik in der Zeitschrift das Argument von 1968 veranlassen im Übrigen hat das alternative Heft System es zeichnet sich durch eine Einheitlichkeit in der Argumentation wie in den Begriffen aus um welche seine Autoren nicht gerade zu beneiden sind diese wollen Anstoß zu einer kritischen Revision des Benjamin Bildes geben das Benjamin Bild das sie kritisch zu revidieren versuchen ist dasjenige der Frankfurter die Frankfurter so darf ich Metakritisch revidieren beschränken sich in diesem Fall auf Adorno und mich selbst wenn gelegentlich Schwulem in derselben Schublade abgelegt wird wäre ein Blick auf den Adler zu empfehlen gemeint ist Schwulems Aufenthaltsort Jerusalem dann folgt eine dezidierte Kritik an der alternative Ausgabe also in zwei Spalten was in der alternative steht und was Tiedemann daran alles für falsch befindet um dann am Ende noch einmal sich gegen den Vorwurf zu wehren die Zurkamp Ausgaben würden Benjamins Marxismus kaschieren über Marxismus bliebe zu diskutieren über den Benjamins der problematisch genug ist und keinem problematischer als dem Marxisten nicht über den der alternative der keiner ist er ist eine skurrile form von links opportunismus der sich glücklos in eine koalition mit der Philologie versucht einer Kult und zuletzt war es um dann nochmal drauf zu Hauen Tiedemann der Alternative nach dass sie ihrerseits in einer der wieder abgedruckten Texte Benjamins einfach ganze 16 Zeilen gestrichen hätten darunter dann auch diese aber das bezeichnet ja eben den Bildungsfilister andere 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 lesen die Meldung und halten sich für gewarnt er muss sich seine eigene Meinung bilden geht hin und glaubt damit die Möglichkeit zu gewinnen seine Verlegenheit in sachliche Erkenntnis umzusetzen Irrtum 1970 liegt Wiedemann im Kursbuch 20 dann die geplante Vorrede Benjamins zum Baudelairebuch vor und versieht dieses titellose Fragment mit dem Titel na das ist nicht der Titel Fragment über Methodenfragen einer marxistischen Literaturanalyse und dort beschreibt Benjamin wie er sich eine materialistische Literaturwissenschaft vorstellt oder wie sie aussehen könnte am Ende des Textes heißt es dann Baudelaire war ein Geheimagent also wenn es um den Zugehörigkeitsgrad seiner Klasse geht ein Agent der geheimen Unzufriedenheit seiner Klasse mit ihrer eigenen Herrschaft wer ihn mit dieser Klasse konfrontiert der holt mehr heraus als wer ihn vom politarischen Standpunkt aus als uninteressant abtut so viel wiederum zu der Verteidigung Tiedemanns von Benjamins Marxismus weiter mit der Editionsgeschichte ab 1972 erscheinen die von ihm herausgegeben und von anderen herausgegeben gesammelten Schriften darüber bemerkt wiederum Helmut Salzinger lakonisch wenn auch nicht ganz richtig erst haben die Frankfurter Benjamin zu fälschen gesucht indem sie systematisch seinen Marxismus herunterspielten jetzt versuchen sie es wieder indem sie ihn zum Klassiker stilisieren und ihn in einer historisch kritischen Ausgabe wie graben die keine ist aber für eine solche gilt jetzt passiert zweierlei in der Folge in den 70ern in den Nach in der Studentenbewegung ist Benjamin immer noch so attraktiv für eine linke Bewegung in Deutschland dass es zahlreiche Raubdrucke gibt die findet man auch immer noch in Antiquariaten und das gleichzeitig eben immer peu oder parallel mit den gesammelten Schriften das hält bis heute an unglaublich viele Dissertationen Monographien etc. zu Benjamin erscheinen und auch viele derjenigen aus dem Umfeld der Alternative beginnen irgendwann den langen Rückzug in die Institute und arbeiten an ihren akademischen Karrieren zum Beispiel wäre da zu nennen Detlef Clausen oder vermutlich wenn auch nicht explizit im Umfeld der Alternative zuzueignen der 1968 noch den Band Universität und Widerstand herausgegeben hat wo ganz am Ende das Pamphlet des Walter Benjamins Institut enthalten ist diese Sammelbahn dreht sich um die Besetzung der Frankfurter Uni 1968 die eben in diesen fünf Tagen Karl-Marx Universität heißen sollte und auch wenn Clausen nicht als Angehöriger dieser Walter Benjamin ist die Kriegsgruppe eindeutig zu erkennen ist begründet er natürlich als Herausgeber dafür Sympathie ja wie gerade angedeutet Klaus Gaber spricht Ende der 80er davon dass es eben unendlich viele Werke zu Benjamin gibt da heißt es vieles wird unendlich viele Male über Benjamin gesagt deswegen spricht Schwarz Steiner 1990 oder in den 1990ern von der sogenannten Walter Benjamin Industrie wir Deutsch haben für die Rezeption aber das will ich nicht in Länge irgendwie ausführen ist dann nochmal der komplette Benjamin Adorno Briefwechsel wo man im Detail dann die jeweiligen konträren Auffassungen sehen kann über die einzelnen Texte die Adorno redigiert hat aber wo auch erkenntlich ist dass Benjamin bevor er finanziell abhängig ist vom Institut für Sozialforschung durchaus noch sich wehrt gegen Kritik von Adorno später wird es etwas die Voter Ence Traverson nennt Adorno deshalb in seiner Einladung zu den Briefen die aber nicht publiziert werden durfte also die französische Ausgabe mit Traversos Ausgabe musste mit Traversos Einladung musste zurückgenommen werden eben weil Traversos dort Adorno als Mäzen und Sensor Benjamins bezeichnet was an diesem Briefwechsel auffällig ist wie stark Adorno in den frühen 30ern noch von Benjamin beeinflusst ist das geht so weit dass er in seiner Antrittsvorlesungen ganz klar sich Gedanken aus dem Trauerspielbuch aneignet dass er immer wieder positiv erwähnt dass er diese Gedanken aber an keiner Stelle kenntlich macht worauf Benjamins ziemlich beleidigt in dem Brief oder pikiert klingt und ihn darum bittet gefälligst bei der Truglegung der Antrittsvorlesung das in Fußnoten nachzuweisen wie gesagt der Ton ändert sich ab Mitte der 30er wo Benjamin finanziell vom Institut für Sozialforschung abhängig ist und Adorno immer wieder zu starken Eingriffen in Texte vor allem eben den Kunstwerk Aufsatz nötigt wäre übertrieben aber in Ansporn dazu Wenn man sich den gegenwärtigen Standort der Benjamin Rezeption ansieht so ist zu Benjamins Marxismus Materialismus und Messianismus zwar unendlich viel gesagt aber das meiste verdampft eben in einem akademischen Diskurs und der sich in Deutschland mittlerweile eben auch lieber auf die Theologie Benjamins stürzt dazu leisten unter anderem die Werke Ergampens einen starken Beitrag aber auch das Zentrum für Literaturforschung über deren 2006 ausgerichtetes Benjamin Festival die Arbeitsgruppe Detlef Holz also nach Benjamin Pseudonym für den Briefband Deutsche Menschen über dieses Festival Urteil die Arbeitsgruppe Detlef Holz an die wissenschaftliche Gemeinde erging der Aufruf zur unbeschwerten Benjamin Lektüre jenseits der alten generationsbedingten Debatten und verfahrenen Kontroversen der 70er und 80er Jahre in den Begriffe wie Klassenkampf Generalstreik und Erlösung noch eine Rolle gespielt hatten folgerichtig erschöpft sich das Festival in gepflegter Langeweile und einer Historisierung Benjamins als Großmeister europäischer Kulturgeschichte störend Frieden wie Irving Wohlfahrt der Benjamins Thesen über den Begriff der Geschichte als Revolutionstheorie rekonstruierte wurde von professionellen Benjamin Epigonen Realitätsverlust attestiert ich weiß nicht ob trotz oder wegen seines hohen Alters ist Irving Wohlfahrt innerhalb der Benjamin Forschung auch immer noch einer der interessantesten Figuren wenn es zum Beispiel um textlichen destruktiven Charakter oder so geht und sogar Lorenz Jäger also auch wieder jemand der von rechts in den deutschen Kulturbetrieb reinkommt kritisiert das Festival in der FAZ als Zitat die größte Verfälschung einer militanten Gedankenwelt seit das Institut für Sozialforschung in Benjamins Texten das Wort Kommunismus redaktionell ersetzte durch die konstruktiven Kräfte der Menschheit seit Adornos Edition das Lob des Bürgerkriegs einfach tilgte einzig lüblich wären gegenwärtig in Anführungsstrichen in Tradition einer vermutlich auch benjaminschen Tradition einer materialistischen Literaturkritik die Arbeiten von Terry Eagleson oder Frederick Jameson oder Susan Bock Morse zu nennen wobei gegenwärtig etwas irritierend oder falsch ist weil die alle einigermaßen alt sind sowohl die Personen die arbeiten bliebe noch der von Greenberg 2008 wieder aufgegriffene Begriff von der Walter Benjamin Industrie dabei geht es um eine Verkitschung von Benjamins Werk in der Popkultur wie zum Beispiel in dem Comic Benjamin for Beginners geschehen dort sieht die Verbildlichtung des Engels der Geschichte dann so aus und diese Benjamin Industrie setzt sich fort in all den Sigmund Freud Action Figuren oder eben anderen Adaptionen die man sieht dann eben auch bei Benjamin findet ja ach so die Punchline das Fazit ist dass ich einen Benjamin auf einem absteigenden Astero wollte ich sehe danke für die Aufmerksamkeit